drei gleisen müsste genügen hoff ich warte mal wir machen einen durchgangsbahnhof kann man nach einem jahr noch in die andere richtung weg einwandstraße nicht ein kmh ist ein bisschen langsamer die ziehen wir uns jetzt einfach mal hier lang damit wir einen anschlagpunkt für den bahnhof haben müsste ja verbunden sein hier genau können wir nämlich nachher die anderen auch noch mit bedienen jetzt speicher ich mal kurz zwischen da mir das nämlich ein bisschen zu gefährlich ist wenn ich jetzt wieder eine mod ausprobiere wir haben ja wieder einiges gebaut wäre doof ok das wird gar nicht anerkannt als kargostation wirst du anerkannt auch nicht was nehmen wir denn dann tnt ok beispielsweise du wirst anerkannt das ist cool so hier würde ich sagen nehmen wir den einfachen den können wir aber schon mal lang machen denn da wird wahrscheinlich nachher eine ganze Menge stein rumstehen bevor sie es wegschmeißen machen wir es lieber so dann bauen wir hier oben definitiv nochmal ein depot wo hier da 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 Also müssen wir ungefähr mit dem Bogen hinkommen. So sehr gut hier muss er einmal überlaufen können hier braucht er überall nicht überzulaufen und hier kommt da rein kommt auf die rückfahr ok das funktioniert so dann bräuchten wir noch ein paar signale mal wieder autosignal an zack was nehmen wir diesmal die hatten wir schon die hatten wir schon die sind ja nur zum anhängen haben wir noch ein paar alte ein paar noch ältere wollen wir die kreuzten klienten so und so brauchen wir jetzt hier noch ein Einfahrtssignal ja stellen wir noch eins dazwischen zack so dann hätten wir wo sind wir denn hier Ramelow jetzt sagen wir zwar trotzdem diese Hi Kindchen alles gut bei dir ich habe heute zweieinhalb ja gute drei stunden damit verbracht mods rein zu laden wir sind wieder auf über 400 funktioniert wieder Ramelow nach Berlin Bremen und nach Tienchen das wäre dann keine ahnung baumaterial verteiler von mir aus unter 400 mods sollte man gar nicht erst anfangen na wenn du da sagst und ich bin gerade dabei deinen städtchen so ein bisschen hoch zu powern das will noch nicht so ganz aber es sollte gleich richtig rund gehen guck mal Bahnhof hast du schon Buslinie hast du Lebensmittel kriegst du auch schon jetzt kommt noch baumaterial dazu wieso hast du da ein städtchen na weil es in den Kommentaren stand weil es in den Vorschlägen stand Neutinchen und ein Petro Pavlovsk haben wir auch Tosenheim Tosenheim Löwenbruch was war alles vorgestern vorgestern Samstag genau vorgestern gesagt hatten ne gestern gestern war Samstag oder Sonntag aber du bist ja so früh von uns gegangen so bringen wir da ohne Petro Pavlovsk sollte keine Map sein das ist richtig das ist ganz richtig ja aber ich habe mir gedacht weil wegen Zunbrecher und so wir lassen es mal beim Vornamen nicht einfach den Nachnamen dazu so so was fährt denn hier guck mal ein Kipper ein Kipper ist doch schon mal gut ähm machen wir mal 10 stück das ist zwar nur eine kurze Stacke aber das wird abgehen hier wie Schmitzkatze bin ich mir ganz sicher mhm Ramedo Stein Baumaterial und tschüss ich werde schon mal Gas geben so Leute dann brauchen wir jetzt ähm ich werde mal sagen 1 2 3 Bahnhöfe also mindestens mindestens 6 Züge die Baumaterial abtransportieren wir hatten Lust da was zu basteln 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 11 11 10 13 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 SZ 541 Wanner. Sowas habe ich nicht. Da bin ich mir ganz sicher. SZ. Siehst du? 541. Hier hast du gerade gesehen. Okay. Wo? Entweder die Cargo oder. Ja doch. Die Cargo würde ich sagen. Elektrisch. Haben wir ja schon. Ist schon drin. E haben wir schon. Das war's. Das war's. SZ 541. Wir haben sie. Aber warum hat sie die beim Suchen nicht gefunden? Welche hätten sie gerne? Tatsache dabei. Guck mal. Ich hab nix was es nicht gibt. Oder so. Mana. Gut. Auch da haben wir 3. Zur Auswahl. Ach nee. Guck mal. Das ist ne Fake. Das funktioniert nicht. Also. Nehmen wir die. Was soll denn hinten dran? Baumaterial. Jetzt sind wir bei Baumotter. Ja. Die hier gleich. Die nimmt kein Baumaterial mit. Die will nicht. HBB. HBB. Vielleicht haben wir andere. Die Baumaterial mitnehmen. Aber das sieht. Schlecht aus. Ne. Baumaterial nehmen sie leider alle nicht mit. Kann ich den nicht mit dienen? Das tut mir leid. Das tut mir leid. Was passt denn zum Mana? Hier nimmt auch kein Baumaterial mit. Die auch nicht. Ist mit dir. Du auch nicht. Ist denn überhaupt irgendwas, was Baumaterial mitnimmt? 150. Das ist mir ein bisschen drüber. Das ist mir im Moment noch ein bisschen zu viel. Das können wir später vielleicht mal machen. Baumaterial. 16. Staycar. 0. Leave mir das. 0. 0. 0. 0. 0. werden eh mehrere brauchen weil sonst laden sie in der ersten statt gleich ab und der rest fährt um sonst durch die gegend so viel ist das gar nicht was baumaterial mitnimmt da wollen wir gar nicht gucken du auch nicht e aus habe ich das ja gerade eben gesehen ja das mit der besuche das funktioniert nicht so prickelnd die hier ja gibts dir eher aus ein dann funktioniert es nicht in pink ernsthaft pink alt oder pink neu ja ja jetzt auf neu pink neu machen wir mal sechs züge erstmal von und die hoffnung dass das gelügt aber wenn wir hier schon das pink dabei haben welches pink ist denn das so ungefähr ne das ist ein bisschen zu funktioniert nicht muss besser sein ne so ungefähr ja so funktioniert das passt sogar ganz gut zu mana hast recht so wieder 38 neue fahrzeuge mensch hättest noch mal ein jahr gewartet hätte es ein bisschen mehr auswahl gehabt jetzt ist zu spät so hier steht schon ein bisschen gelümpel rum das ist schön vorhin willst nach berlin stellen wir mal ein bisschen fixer ein ja doch so von der farbe her passt das ganz gut denke ich jetzt ich 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 ich